Mein Name ist Johanna, ich bin 31 Jahre alt. Das ist Josephine Toni Stark und wir würden uns freuen auf weitere gemeinsame Projekte vor der Kamera. Wir durften nämlich schon in der Schwangerschaft für ein Buchmodels sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020